Ja, herzlich willkommen bei WölfeTV. Heute mit einem besonderen Gast, Sabine Lezicki, Wimbledon-Finalistin 2013, unter anderem Renis Williams geschlagen im Vorfeld. Heute, Serena, Entschuldigung, ist ja auch schon ein bisschen her. Ja, heute spielen wir eine Runde Rundlauf gegen die talentiertesten Tischtennisspielerinnen unseres Kaders. Ja, die Regeln kennt jeder vom Schulhof, jeder hat drei Leben. Wer am Ende gewonnen hat, kriegt mich. Du fängst an? Ja. Viel Spaß. Danke. Wie sind deine Tischtenniserfahrung? Ganz schlecht. Ganz schlecht. Viel zu kleine Schläge. Okay. Ja. Läuft klar. Oha. Wer ist eigentlich am besten festgelegt? Ja. Scheiße. Okay, Polen ist schon raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Band. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Nein. Weniger als die Katzen. Die sind im Leben auch hoch. Ja nein. Oh nein. Oh doch mal rein. Oh, mach's rauf jetzt! Oh! Oh nein! Ha! Okay. Und jetzt? Okay, ja, Finale. Wie mal ein Thai-Break, oder? Mit sieben. Mit sieben. Na klar. Und zwar ein Thai-Break, oder? Gutes Spiel. Früher hat man auf dem Schulhof immer um die Angabe gespielt. Nein, das machen wir nicht. Okay. Okay. Wow. Hey! 0-1. Aber du hast jetzt Aufstand. Oh! Du kennst ja die Tennis-Wähler. Dann brauch ich dir die Aufstand. 1-1. Habe ich nochmal? Ja. Hast du. Hast du doch nicht so viel Thai-Break gespielt, ne? Ich hab wiederstände. 1-2. Okay. Jetzt kommt der Bett. Du, das ist eine Freiluftsportart. Da können wir nichts machen. Ja, Platzfehler. Ich hab übrigens gar nicht mehr mitgezählt. Was ist das eine? 1-2. Oh! Das ist ja. Das ist ja. Alle Hand. 1-2. 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 Danke!